Jungs versus Mädchen in Minecraft. Heute wird mich ein Mädchen jagen. Wird sie es schaffen, mich aufzuhalten, ein Ende dran zu besiegen? Und wenn sie es schafft, dann kriegt sie eine dicke Belohnung. Let's go mit diesem Jungs versus Mädchen Video. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr Team Jungs seid. Und wenn nicht, dann trotzdem. Freunde, ich hab mich grad da schocken. Das ist doch nicht Simlucky. Das ist ein Mädchen. Warte mal. Nelly, was willst du denn hier vorne machen? Oh hey, was warst du denn hier? Oh man, bist du etwa im Server gejoint? Ich wollte gerade mit Simlucky in den Challenge spielen. Oh nein, ich will Minecraft durchspielen. Ganz alleine. Hey, du bist viel zu schlecht dafür. Mädchen können nicht Minecraft spielen. Hä? Was hast du das gerade wirklich gesagt? Ich beweis dir genau das Gegenteil. Oh man, weißt du was? Versuch mich doch daran zu hindern, Minecraft durchzuspielen. Ach, das schaffe ich ohne Probleme. Glaub mir, Mädchen kennen alles. Oh ja, dann tschüss. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, wie ist uns Wasser gefallen? Wie und wer von dir? Zack. Okay, ich nehm dein Holz mit. Schnell, 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 schnell. Okay, Freunde, heute wird Nelly mich verfolgen in Minecraft. Aber sie wird mich niemals bekommen. Ich bin viel, viel schneller als sie. Ich werde Minecraft durchspielen und sie wird mich nicht daran hindern können. So, ich muss jetzt Uri schnell hinterher, bevor er mich kriegt. Oder ich muss ihn ja kriegen. Ich habe einen Kampas und damit kann ich sehen, wo Uri sich versteckt. Oh nein, nicht schon wieder. Ich muss schnell abhauen. Wo bist du, Nelly? Ich bin genau hinter euch. Ich meine, ich bin young, so okay. Äh, wohin rennst du? Du rennst in die falsche Richtung, glaube ich. Sicher? Ich glaube, ich gehe in die richtige Richtung. Leute, Uri ist nur noch 18 Meter weit weg. 18 Meter? Ich bin genau hinter dir. Komm her, Nelly! Was? Das kann ich da hin? Der nimmt das! Let's go! Das war total bies von dir. Oh Mann, jetzt verfolge ich dich aber wirklich. Du wirst mich niemals bekommen. Ich habe schon so viel Holz. Let's go, Freunde. Okay, wir müssen ganz schnell die Grundtools, also Holzfarm. Und danach spielen wir im Speedrun-Modus Minecraft durch. Sie wird mich nicht daran hindern. Schnell, schnell, schnell. So, zack, zack, zack. Oh Mann, okay. Ich muss echt aufpassen, dass sie mich nicht bekommt. Die Crafting-Bench nimmt mich mit am besten. Und am besten, wir machen uns direkt eine Spitzhacke. So, zack, perfekt. So, ich glaube, ich werde mir erstmal Holz machen. Und danach werde ich Stein holen, danach Eisen und ein Schild machen. Und dann gehe ich auf ihn. Oh Mann, Nelly, das wirst du dir mal schaffen. Wenn du Eisen hast, habe ich schon Diamanten und bin im Netter und habe schon Minecraft durchgespielt. Naja, wie auch immer. Ich werde dich jetzt jagen. Was? Jagen? Nicht dein Ernst, Nelly. Oh ja, ich werde dich kriegen. Oh nein, ich renne um mein Leben. Oh nein, hier vorne war eine Höhne. Was habe ich hier gerade gemacht? Ich bin da einfach reingelaufen, wie so ein Volltrottel. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Die darf mich nicht bekommen, sonst blamiere ich mich doch hier. Ein Junge, der verliert gegen ein Mädchen in Minecraft? Ja, Mädchen sind halt einfach besser, Uckri. Oh nein, du weißt nicht, was ich gefunden habe. Let's go, Freunde. Du werde ich Minecraft auf jeden Fall durchspielen. Okay, ich brauche hier schnell, 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 schnell essen. Schnell essen. Hier muss irgendwo was sein. Okay, ich nehme das Stein mit. So, let's go. Im Dorf, let's go. Bestimmt ist hier, Uckri. Nein, du bist nicht auch beim Dorf, oder? Äh, doch, na klar. Ah, ich seh dich. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab dich gesehen. Komm schon her. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell hier weg, schnell hier weg, schnell hier weg. Wo ist der entlang gegangen? Ich seh ihn durch meinen Kampag. Du siehst mich nicht. Wo rennst du hin? Ach, dort hinten bist du. Ich seh dich. Oh nein, ich bin hier gar nicht. Ich bin hier gar nicht. Komm, Uckri. Nein, nein, nein. Ich muss schnell die Beine nehmen. Nein, das ist falsch. Oh oh, oh oh, das ist gar nicht gut. Okay, sehr gut, sehr gut. So, schnell weg. Ja, jetzt will ich mir das Ganze essen, du bist so dumm. Nein, 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 das wirst du nicht schaffen. Das wirst du nicht schaffen. Einen Moment, ich klär das schon. Komm her, Uckri. Oh nein. Da. Ich hab nur das Schall in deinem Herzen. So, das Essen gehört mir, das Essen gehört mir. Schnell, schnell, schnell. Oh Mann, du hast mich so einen richtig krassen Start, Junge. Mach mir schnell Stein-Tools und dann werde ich ihn auf jeden Fall besiegen. Nein, nicht dein Ernst. Hey, bist du sowas von nicht? Was redest du da? Haha, ich hab keine Chance gegen mich. Oh, Uckri, ich krieg dich. Äh, nein, kriegst du nicht, Nelly. Ich bin schneller als du. So schnell abchecken. Betten kann ich immer mitnehmen. Perfekt, Leute. Du hast es ganz so weit. Uckri, schau mal hinter dir. Oh nein, oh nein. Du bist nicht... Bist du etwa hier? Nein, gefängt. Hä? Wo bist du hin, Nelly? Also, ich hab dich nicht... Warte mal. Versteckst du dich irgendwo? Ich darf mich nicht überraschen lassen, wenn sie als Stein-Tools hat, kann sie mich echt schnell kriegen. Das darf ich nicht zulassen. Oh, und jetzt nur noch anschleichen. Ey, wo bist du, Nelly? Wo bist du? So, ein bisschen recke nach Jan und jetzt. Er ist schon ganz nah. Nein, nicht dein Ernst. Ey, ey, ey. Du machst du nicht, ich, 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 ich. Schau. Wie, wie hast du mich gesehen? Ich hab ne Stein-Axt. Ah, nein, nein, nein. Oh, nein. Komm rum, okay. Nein, 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 nein. Zack. Ah, nein. Ah, nein, ich bin gerade gefallen. Okay, ich bin genau hinter dir. Und... Oh, nein, 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 nein. Zack. Warum kann ich dich nicht schlagen? Ah, ich kann nochmal leben. Oh, nein, komm, oh, nein. Oh, nein. Ein Herz, ein Herz, ein Herz. Okay, ich bin hinter dir. Das ist auch die Pär. Steh weg. Steh weg. Hey. Okay, okay. Okay, das war knapp. Das war knapp. Hinter mir. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Die ist schon wieder hinter mir. Okay, ich werde dich bekommen. Du wirst niemals Minecraft durchspielen. Doch, werde ich. Nein, du wirst du nicht. Oh, sie ist hinter mir. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Okay. Freunde, ich muss unbedingt das essen. Okay, ich hab eigentlich genug essen. Ich werde jetzt verschwinden, Nelly. Ich werde so weit abhauen. Warte, obwohl. Ich riskier's, Freunde. Ich riskier's. Was hast du vor, Ucree? Attacke. Oh, wie viel Schaden macht, wenn du so bemerkst. Was? Wie viel Leben hast du, Ucree? Junge, der hat mir so viel Schaden gemacht. Was? Ey, Junge, in der Folge lange Axt macht der so viel Schaden. Ey, Freunde, Junge, ich darf da nicht nochmal hinrennen. Du hast mir einfach... Ich hatte nur noch zwei Herzen oder so nach einem Schlag. Hast du mich nochmal gehittet? Ich wäre draufgegangen. Ja, ich sagte doch, Mädchen sind einfach besser, okay? Ich muss mir auch unbedingt eine Axt machen. Ich hab's mal voll vergessen. Äxte sind jetzt O-Pier als Schwärter. Die machen einfach so viel Schaden. Ucree, willst du nicht wieder zurückkommen? Hm? Nein, 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 nein. Lieber nicht, lieber nicht. Ich muss doch Minecraft durchspielen. Ich darf mich doch nicht blamieren. Ucree, du weißt genau, dass du keine Chance gegen mich hast. Oh, doch, hab ich. Oh nein, hier ist ein Skelett. Ah, ah, bitte nicht, bitte nicht. Oh, let's go, Freunde. Oh nein, ich hab kein Eisen. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut, Freunde. Ohne Eisen kann ich kein Gold abbauen. Ja, du hast richtig gehört, Nelly. Ich hab Gold gefunden. Oh, oh, wasser Affinität. Okay, damit kann ich gut schwimmen. Damit kann ich gut schwimmen. Alles gut. So, zack, zack, zack. Oh, ich kann mir Eisen machen. Ich bin ganz nah und uhrig. Ich glaub, er ist beim Portaillis sehen dort hinten. Äh, ich hör dich, Nelly. Nein, du hörst mich nicht. Haha, Lüge. Oh, doch, tu ich. Die Jungs können nicht hören. Ich weiß das doch. Naja, Nelly, ich beweis dir, dass ich Minecraft durchspielen werde. Ganz ehrlich, Freunde. Auf wen setzt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Jung oder Mädchen? Auf wen setzt ihr? Seid ihr Team Jungs oder Team Mädchen? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Oh, nein, das, Nelly, das, Nelly. Ich muss wieder abbauen. Nein, nein, du bekommst nicht diemals. Ne, ich werd dich nicht bekommen. Dein Ernst, du kriegst Mädchen sind besser als Jungs. Und da vorne das Nether-Portal. Ey, das werde ich noch nutzen. Ich glaub, das ist sogar aus vollem... Hey, oh, ich brauch Obsidian. Dann kann ich das aufbauen, das Nether-Portal. Okay, ich muss irgendwie selber kommen, an Lohen oder Ender machen und dann das Minecraft durchspielen. Das schnell ins Ender-Portal. Aber erst mal... Ich werd das Portal mit meinem Leben beschitten. Nein, wirst du nicht scha... Ah, du bist genau hinter mir. Oh, nein. Oh, sie bleibt stehen. Oh, ha, ha, gefrüßt. Das ist doch so wies. Okay. Ah, hier hochgenommen. Oh, nein, sie ist doch immer hinter mir. Sie ist doch immer hinter mir. Okay, voll. Ich wollte hier nochmal langrennen, damit ich ein bisschen mehr Strom mitnehmen kann, damit ich mehr Essen habe. Das mach ich jetzt auch. Und zack, let's go. Richtig gute Idee. Okay, warte. Äh, wo zum Geier bist du? So, er sieht mich, glaub ich, nicht mehr. Und dann werde ich mich anschleichen und ihn, naja, draufgehen lassen. Äh, dein Ernst? Wo bist du? Du bist nicht mehr hinter mir. Okay. Oh, nein, nein, nein. Hier hab ich jetzt zu Hause gesehen. Oh, Alter. Zum Glück hab ich dich aus dem Augenwinkel noch gesehen. Oh, oh, Skelette vor dir. Ganz ehrlich, weißt du was, Nelly? Ich verschwinde jetzt so weit, du wirst mich niemals mehr bekommen. Ach, bist du dir das sicher? Oh, ja, bin ich sowas von. Okay, komm. Ah, wie viel Scheiße wieder gemacht? Du hast keine Chance. Du bist so ein Möbel, mein Krab. Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Fangspiel, oder was? Oh, ja, sozusagen nur, dass ich besser bin. Nein, mein Auto geht langsam davon. Oh, 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 das ist gar nicht gut. Okay, Zeit zum Abhauen. Ich werde mich jetzt ganz schnell an Eisen begeben, damit ich endlich mal was Eisen Tuts machen kann. Und dann gehe ich ins Nether, Freunde. Und da werde ich mein Kugel spielen. Let's go. Stimmt, danke für den Tipp. Okay, ich will mich jetzt auch reißen. Freunde, hier unten ist Deep Slate. Seht ihr das? Ich muss mir da... Nein, 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 nein. Okay, ganz schnell hier rein. Ganz schnell hier rein. Okay, sehr gut. Nelly, bist du irgendwo in meiner Nähe? Nein, 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 alles gut. Hey, Leute, seht ihr sein Name-Tag? Ey, du bist irgendwo bei mir, oder? Sneakst du gerade? Nee, ich bin irgendwo auf der Oberfläche, nicht in deiner Höhle oder so. Nein, nicht dein Ernst. Okay, Freunde, naja, ich habe ein bisschen Eisen. Und das heißt, ich kann mir gleich Eisenrüstung machen. Und dann besiege ich dich sowas von. Was? Bist du ernsthaft gerade? Wirklich? Mich besiegen? Natürlich. Guck mal, ich habe Eisen schon. Und ich glaube, hier unten, also wenn ich mich nicht irre, hier unten muss 100% eine Höhle sein, weil hier unten ist Deep Slate. Hm, Deep Slate hin oder her. Ich bin eh besser auch ohne Deep Slate. Oh nein, ich kriege wieder Schaden. Ich kriege wieder Schaden. Ich muss die Tür platzieren. Ich muss die Tür platzieren. Ah! Oh nein. Oh nein. Warte, Uri, ist so nah. Junge, ich bin fast draufgegangen. Warte, wo bist du? Ich habe ein Herz. Wenn du jetzt mich attackieren kommst, das wäre ganz und gar nicht gut. Uri, was ist, wenn ich dir sage, dass ich genau in deiner Höhle bin? Ich bin aber in keiner Höhle. Sicher? Oh ja. Uri. Oh nein, ich sehe da ein Name-Tag. Hey, verschwinde von mir. Haha. So bist du, Navi, noch nie. Oh oh, hier kommt Wasser rein. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Ja, ich versuche da erstmal runter zu kommen. Warum ist hier alles mit Wasser? Wie hast du es hier durchgeschafft? Tja, ich bin Profi. Hm, das glaube ich nicht. Aber egal, ich kriege dich trotzdem. Hä, hier ist eine Tür? Warum ist hier eine Tür? Uri, warst du das? Äh, nein. Hm, warum geht es hier runter? Uri, wo bist du? Ich sehe dich. Ich sehe deinen Name-Tag. Aber egal. Ich schaue einfach nicht nach oben. Ich ziehe jetzt einfach durch. Tschüss. Nach oben schauen? Das heißt, du bist unten. Oh ja, aber sowas von. Ich bin unter dir. Ich gehe gleich in eine Riesenhöhle. Vertrau mir. Oh. Okay, Freunde. Was ist das denn? Ein Minenschacht? Eisen? Okay, let's go. Warte, Uri hat schon Eisen? Wie hast du das denn hinbekommen? Naja, ich bin halt Profi. Meinte ich doch. Let's go. Hm, ich werde jetzt auch erstmal Eisenhöhlen. Danach kriege ich dich. Auf jeden Fall. Okay, vielleicht ist hier eine Kiste. Das ist ja richtig OP, Freunde. Aber hier ist auf jeden Fall genug Eisen. Sehr gut. Okay, das kann ich auf jeden Fall nutzen. Uri, willst du nicht verraten, wo du bist? Vielleicht so ein Glitzkleinchen? Äh, nein. Nein, nein, nein. Möchte ich nicht. Möchte ich überhaupt nicht. Na gut, ich brauche nicht deine Hilfe. Ich bin sowieso besser. Ach ja, wirklich? Oh ja, auf jeden Fall. Oh, hier ist Eisen. So, ich brate das Eisen, Freunde. Ich mache mir schon mal ein Schild. Ein Schild ist sowas von OP. Und ich habe... Nein! Als ob ich kein Holz habe. Das kann doch nicht wahr sein, Freunde. Fass. Ah, Uri hat kein Eisen. Was ein Noob. Ich habe Eisen, aber ich habe kein Holz mehr. Ach so, kein Holz. Äh, warte mal. Ich habe genug Holz. Ah, nein. Was mache ich denn jetzt? Weißt du, was du machen musst? Einfach mir in die Arme laufen. Das werde ich auf keinen Fall machen. 100% nicht. Hast du etwa Angst? Ach ja, Jungs haben immer so viel Angst. Ich weiß das doch. Ja, das hat nichts mit Angst zu tun. Ich renne dir einfach nicht in die Arme, weil ich kein Noob bin. Weil du kein Noob bist? Das eben, weil du ein Noob bist, machst du das nicht. Hä, macht null Sinn einfach. Naja, wie auch immer. Ich habe dich gleich. Träum weiter, Nelly. Nelly, wie weit bist du von mir entfernt? Die Banten. Let's go. Ich glaube, ich bin genau bei dir. Oh nein, einen Spawner. Abbauen. 181 Meter entfernt. Okay, ich bin gleich bei dir. Junge, einfach einen Spawner bekommen. Let's go. Oh nein, hier ist irgendwo eine Spinne. Hier ist irgendwo eine Spinne. Und Leute, hier ist einfach noch ein Diamant. Was? Doch, Mann. 1, 2, 3. Was? Ich habe so viele Diamanten. Äh, Uri, cheatest du? Oh ja, ich cheat, Nelly. Wahrscheinlich cheat ich, Junge. Ich muss doch gegen ein Mädchen cheaten. Ganz ehrlich. Naja, Jungs haben es immer nötig zu cheaten. Ich kenne sie doch. Oh nein. Wahrscheinlich habe ich nötig, es zu cheaten. So, ich mache mir ein Diamantenschwert. Let's go, Freunde. Und weißt du, was ich jetzt auch mache? Oh, das brauche ich gar nicht. Ich mache mir den zweiten Eimer. Und dann. Nelly, geh ich jetzt selber. Haha. Du sagst nicht, dass ich direkt bei dir bin. Haha. Warte mal, du bist bei mir? Hm, vielleicht. Okay, nein, 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 nein. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Du lügst schon wieder. Leute, ich gehe jetzt ganz leise zu ihm gleich. Hey, hey, hey. Keine falschen Faxen hier. Hm, was ist denn? Ich mache mir jetzt ein paar Goldäpfel, weißt du was? Hm? Hm, Goldäpfel? Wie willst du das denn hinbekommen? Ich habe genug Äpfel, weißt du? Ich mache jetzt nur noch Gold. Du weißt nicht mal, wie man das craftet, weil du ein Junge bist. Oh nein, die Jungs sind so oder so besser. Wir essen den ganzen Tag Goldäpfel, wusstest du das nicht? Warte, warte. Ihr seht, ihr ernährt euch echt ungesund. Wisst ihr, dass ich esse... Goldäpfel sind doch nicht ungesund. Was redest du? Pflanzen? Ja, Apfel ist ein Pflanze, Alter. Was denkst du denn? Naja, aber dieses Gold macht das süß. Ich kenne sie doch. Oh man, Nelly, dein Ernst. Oh, eine Kiste, let's go. Und nur Kohle kann ich aber gerne mitnehmen. So, 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 perfekt. Genug Gold, um den Goldäpfel machen. Hahaha. Und jetzt muss ich schnell eine Lavastelle finden und am besten noch Wasser. Let's go, Freunde. Hier vorne nehme ich Wasser mit, so. Und jetzt hier runter. Bam. Bam. Oh, das ist eine Riesenhöhle. Okay, ich brauche unbedingt eigentlich... Oh nein, oh nein. Oh stimmt, ich kann hier Holz mitnehmen, ich Dooley. Ich kann Holz mitnehmen und ich check das die ganze Zeit gar nicht. Was mache ich denn? Oh man, bin ich lost. So, wo kriegst du so nah wie noch nie? Oh man, du laberst eh die ganze Zeit. Ich bin wahrscheinlich richtig weit weg, oder nicht? Ja, du bist so weit weg, oh man. Warum sag ich sowas? Überhaupt 100 Meter sind so weit. Ah, 100 Meter? Nein. Äh, nee, ich habe Spaß gemacht. Natürlich 200 Meter. 200 Meter sind so weit. Ich nehme das ganze Holz in der Zeit mit. Und jetzt kann ich mir schnell ein Schild machen. Let's go, Freunde. So, Schild wird gecraftet. Viel Spaß dabei, Uri. Dankeschön, Nelly. So, zack, zack, zack. Und abbauen. Oh, wow, hier ist eine Kiste, okay. Und danach bin ich bei Uri. Let's go. Oh man, du prankst mich sowas so wieder, oder nicht? Äh, ja, klar. Ah, okay, sehr gut. Dann würde ich sagen, was kann ich noch mitnehmen? Ah, oh nein, Skelett, 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 Skelett. Wie ist er dort runtergekommen, hä? Hä? Warte mal, wo bist du? Äh, ich bin, ähm, unter dir. Unter mir? Ja, ganz genau. Du bist über mir irgendwo. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, ich glaube, ich weiß, wo du kriegst. Perfekt. Wow, hier drin sind Diamanten. Okay, das ist richtig gut. Oh ja, ich habe auch Diamanten wiedergefunden. Die waren genau neben mir hier die ganze Zeit. Okay, die nehme ich auch alle mit. Und Leute, jetzt muss ich den Snather. Ich muss endlich Minecraft durchspielen. Ich schaffe das sowas von. Uri, ich werde von Monstern gejagt. Hilf mir doch. Okay, ich baue hier vorne zu, Freunde. Jetzt bin ich hier bei Lava. Und ihr wisst ganz genau, was es heißt. Das ist so OP. Das ist so OP. Was machst du, Greta? Nix, nix. Alles gut. Okay. So. Nein, du bist nicht neben mir. Okay, bitte, bitte lass mich in Ruhe. Ich muss schnell was machen. Das dauert eine Sekunde, bitte. Okay, lass dir so viel Zeit, wie du willst. Natürlich. Oh, korrekt von dir. Okay, danke, danke. Wie mietest du noch? Neun Meter? Neun Meter? Nein, ich rede nicht mit dir. Ich höre dich. Wo bist du? Pasch mit dir. Schau mal hinter dir. Oh nein. Okay. Hallo. Komm her. Komm her. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wie ist das? Du hast auch einen jemandenschwert wie? Nimm das. Was willst du machen? Wie hast du das gemacht? Let's go. Oh nein, ich muss mich regenerieren. Wie hat er das gemacht? Tja, und jetzt habe ich Zeit? Einen Moment, Freunde. Nein, du hast keine Zeit. Ach echt? Dann nimm das. Nein. Ich habe eine Chance. Sag, nimm das. Nimm das. Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Okay, okay. So schnell. Jetzt ist die Zeit gekommen. Was für eine Zeit ist gekommen, hä? Dass ich dich kriege. Let's go. Nein, du kriegst mich niemals. Hey, warum brauchst du zu? Das verlotten wir. Hey, geh weg. Geh weg. Verschwinde. Warum sollte ich? Erklär mir einen Grund. Nur weil du ein Junge bist. Oh nein. Weil du ein Noob bist. Nein, du hast kein... Au, au, au. Okay, ganz ruhig. Ich will an der Stelle wieder in den Loch zurückverschwinden, sonst attackiere ich dich gleich. Ich habe nicht mal viele Herzen. Ich habe noch mal viele Herzen. Nimm das. Oh, oh. Was macht ihr da? Ablenkung. Das hat nichts gemacht. Oh nein, oh nein, oh nein. Zack, zack, zack. Oh, warte, was? Du hast eine Axt. Oh, nein, nein, nein. Nicht das. Oh, 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 oh. Ich habe nur noch 4,5 Herzen. Okay, sehr gut. So, zack. Jetzt muss ich das hier zu Ende machen. Oh, jetzt bin ich gekommen. Das wird er nicht erfahren. Ich bin so gut in Minecraft. Nein. Oh, Griesch. Verschwinde, Verschwinde. Oh, zack. Oh, oh. Nein, das ist gar nicht gut. Ramm an 2,5 Herzen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das war's, das war's. Oh, stopp. Nein. Nein, nein, du fasst wieder. Nein. Das war's, die hat so ein Ziel. Okay, Stell dir weg. Ich brenne hier alles an. Warum hat das Ucri geschafft? Ich falle ihm direkt hinterher. Oh nein, 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 nein. Stell, ich muss eine Festung finden. Dann an die Lohn. Okay, okay, okay. Ucri, wo bist du? Oh nein, ich brenne. Oh, ich bin nirgendwo. Alles gut. Okay, Freunde. Was ich jetzt machen kann auf jeden Fall, ist erstmal Eisenrüstung bei euch unbedingt. Die macht mir so viel Schaden. Das ist unglaublich. Ich nehme die Lava mit, dann kann ich sie ein bisschen pranken. Okay, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Ucri, hast du gerade eben was mit Lava gesagt? Äh, nee, nee. Ich bin gerade fast runtergefallen, Alter. Das hat gerade ein bisschen Herz stehen lassen. Okay, schnell hier weg, Freunde. Schnell hier weg. Was, Ucri, ist schon zu weit weg? Äh, ich muss ihn direkt verfolgen. Ich habe aber auch nicht viel Leben. So, Freunde. Goldener Apfel wurde gemacht. Ich habe noch fünf Stück, aber nicht genug Äpfel. Was kann ich mir noch machen? Okay, die Hose kann ich wohl nicht mehr ausziehen. Kann ich mir einen Schutzplatz machen? Nein, auch nicht. Oh no. Was mache ich denn jetzt? Leute, Ucri ist nur noch 40 mit entfernt von mir. Nein, du lügst. Du lügst schon wieder, oder nicht? Pass, ich habe mich nicht gestimmt. Oh oh. Oh man. Du dachtest doch nicht wirklich, dass du eine Chance hast. Oh nein. Oh nein. Wo ist der Enderman hin? Ucri, komm her. Oh nein, nicht der Ender schon wieder. Warum nervst du mich? Ich muss doch nur meine Enderman bekommen. Ich möchte nicht, dass du Minecraft durchspielst. Das ist doch klar. Okay, ich verschwinde. Ich habe keinen Bock mehr auf dich, Nelly. Ich werde dich finden. Ich werde dich immer finden. Immer wieder und wieder. Nimm das, Junge. Hä? Warum brennst du nicht? Tja, ein Kölz-Power würde ich mal sagen, oder? Verschwinde endlich. Nimm das. Hä? Was? Wie hast du das gemacht? Oh nein. Und zack, nimm das. Oh nein, oh nein. Verschwinde lieber. Geh weg von mir, okay? Bleib dich bloß fern. Bleib bitte bloß fern. So, schnell Enderman mitnehmen. Zwei und halb Herzen. Digga, warum brennt ihr die ganze Wecke, der Enderman? Okay, bist du gerade in einer brenzlichen Situation? Äh, nein, bin ich nicht. Sicher? Oh ja. Naja, ich bin in einer. Oh nein. Dieser Piglin verfolgt mich, oder was das ist? Weißt du was? Ich kümmere mich gar nicht um dich. Ich gehe jetzt einfach weg. Ich gehe jetzt einfach weg. Hast du was genau vor mir? Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Ich hätte dich sowas von über... Oh, let's go, let's go. Okay. Ah. Willst du das runtergeschubst werden? Oh nein. Verschwinde von hier. Na los, mach dein Schild weg. Ich schubse dich runter. Nein, willst du es nicht schaffen. Oh nein. Oh nein. Und? Na los, mach dein Schild weg. Oh zack. Oh, oh, oh. Von hinten. Zack. Ah, ich habe sie nicht gesagt. Oh nein. Nimm das. Oh nein. Oh nein. Okay, sei gut. Zwei Herzen, zwei Herzen. Okay, wir können Frieden schöpfen oder so, oder? Was? Für Frieden? Auf keinen Fall. Dann bekämpfe mich einfach nicht, okay? Ich habe volle Herzen. Genau. Okay, alles gut. Ich muss eh Krott was erledigen. Oh nein. Weg jetzt. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht schlau, ihn anzugreifen. Ich habe nur zwei Herzen. Ja, ja, ja. Ich sage doch. Vorher greif mich lieber nicht an. Oh nein. Ich habe nicht mehr Energie geschafft. Oh, der Enderman ist auf mich. Enderman, greif ihn an. Und jetzt ist hier vorne noch ein Skelett. Oh Mann. Ganz ehrlich, Nelly. Du nervst mich aber sowas von. Oh Mann. Mir geht langsam das Essen weg. Das ist gar nicht gut. Haha. Let's go. Das ist meine Chance. Komm her, Junge. Jetzt riecht dich, Enderman. Und bam. Uri, hinter dir. Ach, nicht dein Ernst. Ich muss hier verschwinden, Freunde. Hey, komm her. Ich habe eine Taktik. Ich habe eine Taktik. Ich habe eine Taktik. Hä, was willst du machen gegen mich? Komm her. Ah, nein, 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 nein. Bleib stehen. Ah, nein. Hier. Oh nein, oh nein. Und zack. Eine Kiste. Ich will nur die Kiste. Ich will die Kiste. Die Kiste. Nein, das war eine Kiste. Hey, hey, hey. Verschwinden. Und jetzt. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Okay. Okay. Wie viel Leben hast du noch? Genug, genug. Okay. Und zack. Und zack. Zack. Haha. Ich fäng dich nur. Und zack. Jetzt ist das dein Ende. Zack, Gasse. Und zack. Oh nein, 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 nein. Ja. Hä, wie schaffst du das? Wie kannst du noch leben? Oh, was? Ja. Dein Schild ist kaputt. Nein, nein. Ohne Kiste. Aber das war nichts Wichtiges. Okay, komm her. Ah, nein, nein, nein. Ich bin One-Shot. Ich bin One-Shot. Ich bin One-Shot. Ich bin auch One-Shot. Das wird spannend. Okay, okay. Eins gegen eins. Wer wird gewinnen? Nein, verschwinde, Junge. Oh nein, ich habe ein bisschen Angst. Mach keine Faxen, du Kleiner. Zack. Oh, mein Herz versteckt so krass. Das schlägt mir in die Hose. Oh nein. Hä, was? Oh nein, nein. Ein Herz, ein Herz. Oh, Kri, das war total gemein. Du bist gemein. Komm jetzt her. Ich habe mehr Leben wieder durchs Essen. Junge, ich komme nicht weg. Was will du? Zack. Zack. Okay, in die Richtung, vorher in die Richtung. Ich habe ein Herz. Oh, Kri, wo bist du? Weg hier, weg hier, weg hier. Mich kriegst du nicht. Mich kriegst du nicht. Ich krieg dich nicht. Ich habe dich vorhin noch gesehen. Oh nein. Oh nein. Ich sehe dich. Uckri. Ich muss mein Holz verschwinden. Ich muss mein Holz verwenden. Hinter dir, Uckri. Das Willerskelett soll ich attackieren. Ganz ehrlich. Das Willerskelett wird gar nichts tun, okay? Oh doch. Oh, oh. Sack hast du. Hey, ich komme gar nicht zu meinen... Oh, ich muss irgendwo gelobt gehen. Uckri, das ist eine schlechte Route. Nein, ich krieg dich. Oh, hinter dir ist ein Willerskelett. Was? Ja. Nein, hey. Zwei Herzen. Zwei Herzen. Nimm das. Und jetzt habe ich Zeit, um Lohen zu farben. Schnell, schnell, schnell. Wo ist die Loh? Oh, da vorne ist eine. Let's go. Oh nein. Das ist auch ein Willerskelett. Das habe ich weg mit dir, Mann. Ich suche wieder einen Spawner. Ich habe nur noch verrottenes Fleisch. Das ist gar nicht gut. Nimm das Loh. Oh nein. Es ist runtergefallen. Ernsthaft? Ich habe nicht eine Loh bekommen, die ist runtergefallen. Ich muss schnell an welche kommen. Da vorne war ein Spawner, glaube ich. Und ein Babypiglin? Was? So, ich schubs jetzt erstmal einen Enderman in die Lava. Hey, wenn ich in die Augen schaue, dann ist das vorbei. Okay, perfekt. Junge, hier sind so viele Blaze. Ich habe keine Lust mehr. Ich bin zu schlecht für Minecraft. Ich kann das hier nicht durchspielen. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Ich muss meinen Goldapfel essen. Ich muss doch... Oh nein, ich werde auch von Blaze das ganze Zeit aufgeschossen. Warum? Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Ich bin schon wieder so low. Oh nein. Okay, schnell. Ich habe einen Lohnstab, aber ich muss Uri finden. Es reicht. Die kriegt die Blaze hier und dann verschwinde ich. Aber sowas von... Oh nein, ich brenne schon wieder. Uri, ich bin bei dir. Uri, ich bin bei dir. Ich habe eine low. Perfekt, Leute. Uri, ich bin hinter dir. Oh nein. Du kriegst mich niemals. Du kriegst mich niemals. Na klar, Uri, ich bin bei dir. Und komm schon her. Nein, wo ist mein Schild? Mein Schild ist kaputt gegangen. Dein Schild ist kaputt. Das war's, okay? Nimm das. Fuck, fuck, fuck. Oh nein, ich bin bei dir. Nein, nein, ich habe den Pickeln angegriffen. Nimm das. Ich habe kein Schild, ich habe kein Schild. Du bist ein Vorteil, das ist ungefähr. Das ist dein Ende. Das war's, Uri, das war's. Nein. Oh nein. Hä, wo bist du? Hä? Was? Hä? Warte mal. Was ist passiert? Ähm, naja, wie soll ich das erklären? Ich dachte, das war's und dann bin ich in die Lava gesprungen und wollte dich holen. Äh, ich bin auch drauf gegangen. Naja, Freunde, ich glaube, wir sind einfach zu schnell, um Minecraft durchzuspielen. Ganz ehrlich, beim nächsten Mal machen wir das andersherum. Dann machen wir ein Rematch und ich muss dich fangen, okay? Hä, aber dann habe ich ja schon längst gewonnen, weil ich einfach gut bin. Oh Mann. Bruder, heute spiele ich mit meiner Schwester Minecraft durch. Let's go! Hey, Samlaki, warte mal einen Moment. Du weißt ganz genau, ich bin viel besser als du in Minecraft, deshalb muss ich dir richtig oft helfen. Äh, nein, musst du gar nicht. Du bist voll ein Noob in Minecraft, ich bin viel besser. Brüder sind viel cooler als Schwestern. Hm, was redest du? Mama hat immer gesagt, ich bin die Coolere, weil ich ein Mädchen bin und du ein Junge. Äh, was soll das jetzt heißen? Wir spielen zusammen Minecraft durch, wir sind dein Team, ganz vergessen. Niemals mit meinem nervigen Bruder, Samlaki, ganz ehrlich. Da mache ich zwar Ucri mehr als dich. Was, ey, du magst Ucri mehr als mich? Was soll das heißen? Willst du mich hier etwa zu irgendwas herausfordern? Hm, versuch doch mal Minecraft durchzuspielen, aber ich werde dich daran hindern, du kleiner Schlumpf. Äh, was, du hast mich Schlumpf genannt? Ey, ich bin nur rum, ganz vergessen, ich bin ich Ruki. Ich meine, du kleiner, ey, du kleiner Apfel. Ey, weißt du was? Ich werde jetzt abhauen, du wirst mich niemals daran hindern können, Minecraft durchzuspielen. Ich bin viel besser, guck mal, du bist gar nicht mehr hinter mir, ich bin an dir vorbeigedüst. Oh nein, wo bist du? Hey, aber warte mal, ich habe einen kleinen Trick, wie ich dich schneller finden kann. Äh, warte mal, ey, willst du jetzt cheaten oder was? Haha, schau mal, was ich habe. Ich habe einen Tracker, damit kann ich immer sehen, wo du bist, Samlaki. Oh nein, als wenn, aber, äh, warte mal, wo bist du? Äh, äh, du hast noch gar keinen Noob, ich mache mir jetzt einen Heuschwell, dann werde ich besiegen. Haha. Was glaubst du, dass du das schaffst, Samlaki? Ich bin viel besser als du, du kleiner Noob. Na, hast du schon einen Heuschwell, hast du schon eine Spitzhacke? Nein, das nicht, und ich komme jetzt zu, dann ich kill dich. Haha, komm her, weil du wirst niemals schaffen. Komm her. Wenn du einmal drauf gehst, dann bin ich krass. Nein, 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 bam, zack, und, äh, nein, 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 ha, 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 hab dich gekillt. Weißt du was, Samlaki, aber ich darf ruhig drauf gehen, das Ziel ist von dir, Minecraft, durchzuspielen, nicht mein Ziel. Äh, ey, das ist unfair, wer hat das so festgelegt? Ich habe das so festgelegt, und ich werde dich daran hindern, und wenn du einmal drauf gehst, dann bist du für immer ausgeschlossen, und ich bin die Bessere. Was? Nein, das habe ich zulassen, aber ich habe mich gar nicht mehr wegrennt, aber ich habe ganz vergessen, ey, du hast einen Tracker, und damit kannst du immer sehen, wohin ich laufe. Oh, ja, und das werde ich auch, Samlaki, Pupsi-Mupsi. Äh, warum hast du sowas? Hör auf mich so zu nennen, Junge, ich bin nicht ein Pupsi-Mupsi. Oh, doch, aber sowas von so schnell in Spitzhacke machen, haha, ich kriege dich, aha, du kleiner Noob. So, und jetzt muss ich schnell an Stein kommen, und mit Steintools werde ich dich sowas von besiegen. Hm, in der Zeit haue ich schon ab, du wirst mich niemals kriegen, ich bin gleich über alle Berge, und ich mache mir schon mal Essen. Was? Schon 100 Meter weit? Oh nein, ich muss schnell zu dir. Mhm, 100 Meter, die kriegst du nicht so schnell eingeholt, let's go, in der Zeit, ich mache mich schon mal entspannt, was zu essen, hier sind ein paar Schafe, und da ist Zuckerrohr, let's go, das hole ich mir auch schon mal mit. Oh, weißt du was, Samlaki, ich kriege dich so oder so, egal wie weit du rennst. Hä, ey, ey, nee, wirst du nicht schaffen, wirst du nicht schaffen, Lilly, ganz ehrlich, ich bin jetzt hier über dem Wohnzimmer, ich, ich habe die Idee, haha. Ey, warte mal, hast du mich gerade Lilly genannt? Äh, nein, habe ich nicht. Doch, hast du, du hast mich gerade Lilly genannt, hey, das ist, ich meine, mein Name ist nicht Lilly, ich heiße Sally, ich bin deine Schwester. Naja, schau mal, wie weit ich jetzt schon bin, hm, was zeige ich deine Anzeige an? Äh, warte mal, wie weit bist du? 200 Meter, oh nein, ich werde dich verfolgen, ich weiß, wo du hin bist, in die Richtung, ich bin gleich hinter dir, oh, Samlaki, ich kriege dich kleiner, Samlaki. Ich habe einen OP-Trick, da wirst du nicht kommen und ich verrate dir nicht, mit was ich so schnell abhaue. Ich mache unsere Eltern stolz, die haben immer schon gesagt, dass du ein kleiner Pups bist, ich bin viel cooler als mein Bruder. Ey, du hast gerade verkannt und sagst, ich bin schlechter, ey, das ergibt gar keinen Sinn. Oh, doch, ich werde dich daran hindern, Minecraft-Dücher zu spielen, du hast keine Chance gegen mich, sag dich doch schon. Und, let's go, ich habe eine Höhle gefunden, okay, perfekt, das heißt, ich mache mir jetzt eine Crafting-Badge nochmal, zack, und werde jetzt in die Höhle rein gehen. Und rein in die Höhle, perfekt, und guck mal, ich habe einen richtig guten Trick, ich habe Eisen direkt gefunden. Und cool, let's go, damit kann ich mir mein Essen braten, das muss ich als erstes abbauen, zack, ich wende nämlich den Trick an, den Profitrick, den habe ich nur drauf, Freunde. Und jetzt kann ich mich hier einfach runterbuddeln, let's go. Runterbuddeln, also? Mhm, ich habe doch gesagt, ich bin schon in der Höhle und ich fahre mit Eisen, ich werde viel besseren Loot haben als du, haha. Hm, das werde ich aber nicht zulassen zum Lucky Pups. Äh, zu spät, haha, du kannst mich nicht stoppen. Mein dummer Bruder, doch, fertig, so, zack, 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 ich werde jetzt an richtig viel Stein kommen. Ja, komm doch zu mir, ich sehe dich nirgends so, ich mache mir schon einen Ofen und du bist noch immer so weit entfernt, also jetzt mal ganz ehrlich, du forderst mich hier heraus, aber bist kompliziert, ich habe dich direkt auch einfach eliminiert. Oh Mann, wie weit bist du bitte sehr gerannt zum Lucky Pups? Hm, ich bin schon über alle Berge und du wirst mich nicht kriegen und dann wirst du dich am Ende herausstellen, wer der wahre Pups hier ist, hm? Egal, ich habe hier noch genug Zeit, ich fahre mir ganz, ganz viel Kies, dann mache ich mir ein Feuerzeug und dann werde ich mir Steine abfarmen. Ja, mach ruhig und in der Zeit bin ich schon beim Enderportal, also schlecht besiegen, aber ich werde nicht besiegen. Nein, wirst du nicht so ein Lucky Mann. Hm, werden wir sehen, okay, jetzt mach ich mir sofort, Freunde, zack, eine Steinspinzocke und damit kann ich mir sofort Eisen holen und ich muss endlich mal essen, weil ich habe nur ganz wenig Leben und es ist einfach unfair. Ich bin einfach draufgegangen und habe unendlich viel Leben und ich habe nur ein Leben, was soll das eigentlich hier sein? Okay, ich muss jetzt direkt wieder die Tür platzieren, jetzt habe ich schon Eisen, hast du schon Eisen, hm? Nein, noch nicht, aber ich kriege dich so oder so, ich bin besser als du in PvP. Hä, du kriegst nicht mal das Eisen und willst mich irgendwie, was ist los mit dir, du willst mich irgendwie besiegen, obwohl du nicht mal das Eisen hast? Ey, ich sage dir ganz ehrlich, das kann was werden. Sag mal eigentlich, ist Okri eigentlich noch Single? Hä, warum fragst du mich sowas? Der steht auf jeden Fall nicht auf dich. Hm, oh Mann, ich meine, er ist schon so ein Hotterboy. Ey, Freunde, was redet die da bitte sehr? Ähm, naja, wir machen so, okay? Was denn? Wenn du gewinnst, dann gebe ich dir seine Nummer. Wow, darauf freue ich mich besonders. Hey, Sam Lucky, ich werde mein Bestes geben und wenn du verlierst... Äh, ja? Dann werde ich Okris Schwester erzählen, dass du ein richtiger Pups bist. Was? Oh nein, die will das Lilly erzählen. Ey, ich werde Okri so nerven, wenn ich ihr die Nummer gebe von ihm. Die würden bestimmt sicherlich anrufen. Okay, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach direkt mir noch mehr Eisen braten. Ey, ich bin so gut, Freunde. Ich sage euch ganz ehrlich, die würden mich hier niemals kriegen. Zack, vier Eisen, schau mal. Und jetzt tue ich das nächste hier rein und ich mache mir schon mal, ich auch entspannt, ich mache mir direkt ein Eisenschwert, oder? Ja, direkt ein Eisenschwert. Damit würden sie mich niemals kriegen. Und ganz vergessen, oh, das Wichtigste muss man natürlich mir auch noch craften, nämlich, Freunde, let's go, ein Schild! Habe ich jetzt auch gecraftet, perfekt. Und wie weit bist du eigentlich schon noch ein Fan von mir? Hey, Simlaki, ich hole schon Eisen hier vorne. Ja, ich habe schon lange Eisen abgebaut und jetzt geht es auch tiefer in die Höhle. Hey, haben eigentlich Mama und Papa schon dir erzählt? Hä, was? Dass sie noch eine Schwesterlein machen wollen? Hä, was? Nein, ich will einen Bruder und keine Schwester haben. Nicht nur eine nervige Schwester, das kann nicht sein. Und sich... Au, ich habe Lapis gefunden, okay, weiß nicht, ob das ich gebrauchen kann, aber... Was willst du damit machen? Oh, ich habe so viel Eisen, Simlaki, du weißt gar nicht. Äh, schön für dich, ich bin trotzdem viel weiter entfernt, als du, du wirst mich niemals kriegen. Boah, 32 Eisen schon? Was, 23? Okay, Freunde, das ist wirklich ein bisschen viel. Oh nein, ey, warum ist meine Schwester so gut? Du weißt gar nicht, was ich mit dir anstellen werde, wenn ich dich finde, mit voller Eisenrüstung werde ich dich attackieren. Oh nein, das ist gar nicht gut, aber ich hole mir jetzt auch Eisen, denn ich werde erst als du Eisenrüstung haben, haha. So, je mehr jetzt die ganze Kohle und dann, Freunde, werde ich erst richtig loslegen mit voller Eisenrüstung. Haha, mein Brüderchen hat keine Chance. So, zack, ich mache mir jetzt direkt ein Feuerzeug. Und gleich kommt die volle Eisenrüstung, let's go, Freunde. Let's go, Freunde, und bevor ich nochmal tiefer in die Höhle reingehe, muss ich mir jetzt unbedingt noch mehr zu essen machen, denn das ist komplett wichtig. Ich habe mir schon ein Schild gemacht, schaut mal, ich habe sogar schon richtig viel... Oh nein, da hat mich jetzt gleich abgeschopft, ich glaube, jetzt ist das ganze Schwein hier, zack. Weißt du was, Simlaki, ich habe schon fast volle Eisenrüstung und volle Eisen-Equipment. Was? Oh, aber, weißt du was, du hast doch gar kein Essen wahrscheinlich und du musst mich erst mal finden und das dauert auch noch lange. Das werde ich schneller machen als gesagt. Ey, der Sprichwort geht anders. Egal, weißt du, ich schaffe es so oder so, so schnell. Haha, ich habe volle Eisenrüstung. Oh Mann, Simlaki, du hast keine Chance, du dummer Bruder. Auch wenn du mich finden wirst, ich werde so lange abhauen. Ich habe so viel Essen, schaut euch das mal an. Zack, ich kill die nächste Kuh, Jürgen, Mann. Hast du 300 Meter weit, bist du entfernt? Äh, oh ja, ich bin ein ganzes Stück gelaufen. Ey, wenn du nicht nur wirst, ich bin einfach mit dem Boot gefahren. Hey, Simlaki, ich werde dich gleich kriegen. Du musst ja endlich ins Nether-Portal, um ins Nether-Portal zu kommen. Ey, ist mir egal, du wirst mich niemals kriegen. Ich werde die ganze Zeit abhauen, denn ich habe unendlich viel Essen. Ey, es sind hier viele Kühe und ich, weißt du was, ich esse die alle vor dir auf. Oh nein, ich brauche Essen, ich regel den Reh gar nicht mehr. Oh, komm her, Zombie. Genauso wie das Zombie ich gerade erlegt habe, werde ich dich erlegen, Simlaki. Oh, klar, ey, ich habe eine Schlucht gefunden. Ich gehe jetzt sofort rein, dann hole ich mir sofort Obsidian und gehe dann ins Nether. Let's go! Und ich bin so weit entfernt von dir, das heißt, du wirst mich niemals so schnell kriegen. Zack, okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Gibt es hier irgendwas? Eisen, 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 Eisen brauche ich nochmal. Auch ganz wichtig, ganz wichtig, Freunde. Und hier geht es noch tiefer in die Höhle, okay, let's go. Wow, geht es hier tiefer in die Höhle rein. Das ist perfekt, Freunde, okay, let's go. So, jetzt habe ich genug Essen, denn du weißt ganz genau, mit einem Feuerzeug kann ich Schweine anzünden und dann ihr Essen nehmen. Was? Oh, da habe ich gar nicht gedacht, ey, das war voll OP. Aber ich habe sowieso einen Ofen, ich glaube, das ist viel besser. Oh nein, bei mir geht das automatisch und schnell und das mache ich, während ich zu dir renne. Äh, naja, wie du meinst, ich habe eine dicke Höhle gefunden, da werde ich jetzt alles nutzen, aber ich muss aufpassen, wir sind ein paar Creeper. Also, schaut, dass ich nicht draufgehe, Freunde. Ja, wie riesig ist die bitte sehr? Diamanten, Diamanten, nein, ich habe kein Essen mehr, nein, ich habe kein Essen mehr. Ah, was mache ich jetzt? Creeper, Creeper. Oh, Freunde, Freunde, schnell rein. Ich muss so rohfleisch essen und dann, oh nein, ich muss mich verstecken und ich habe sofort Diamanten. Du wirst mich nicht mehr eins kriegen, ich werde gleich Obsidian abbauen. Was bringen die Diamanten, um den Enderdarn zu besiegen? Hä, natürlich bringt mir das was. Ich kann jetzt Obsidian abbauen, schneller gehen und mir Enderaugen machen. So los bist du also? Hätte ich nicht gedacht. Ich komme doch gleich zu dir, dann kannst du gar nichts mehr machen. Naja, viel Spaß, diese 300 Meter zu laufen, da hast du gar kein Essen mehr. Okay, zack, ich muss das Geist mehr schnell hier Essen machen und Eisenrüstung. Oh, ich habe Angst vor dem Ender, komm gleich wirklich zu mir. Simlaki, ich komme, ich bin unterwegs. Ah, nein, ey, stopp, 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 du entfährst in die falsche Richtung. Äh, was redest du? Ich bin fast bei dir. Hä, wie weit bist du noch entfernt? Hm, das verrate ich dir nicht. Ich schaue mal kurz nach und, oh, ich komme immer näher, perfekt. Hä, wie weit noch? Okay, let's go, nein, ich muss mich beeilen, Freude, ich muss mich beeilen, es geht nicht, Freude. Okay, zack, 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 ich stelle hier das Eisen raus, ich werde abgeschossen, ich werde, okay. Komm, ablocken, zack, let's go, und erledigen. Simlaki, ich habe genug Essen und ich bin fast bei dir. Ey, was heißt fast, was heißt fast? Ich habe einen Diamanten abgebaut, Freunde, es war einfach nur einer, ich wurde einfach gescammt. Was willst du mit einem Diamanten machen, du Noob? Oh, du hast recht, ein Diamant bringt mir wirklich nicht so viel. Und wo ist jetzt mein, wo ist mein Ofen, Freunde? Ich habe einen Außen-Augen, da ist der, okay, let's go, let's go, schnell dahin. Oh, ich verlier so viel Leben, ich verlier so viel Leben, was mache ich jetzt? Oh, ich sehe dich, kleiner Bruder. Wie, du siehst mich, was, du siehst mich, wo bist du? Nein, nein, Freunde, Freunde, ich muss mich beeilen, ich muss mich beeilen. Was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Schnell das Eisen rein, obwohl, nein, 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 ich muss das Chicken reinmachen, ich muss das Chicken reinmachen. Schnell, 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 ey, wo bist du, wo bist du, zeig dich. Du wirst mich nicht sehen, aber ich weiß ganz genau, wo du bist, ich bin fast bei dir. Ey, das ist so ehrenlos, das ist so ehrenlos, das ist so ehrenlos. Oh, Simlaki, ich komme. Nein, du wirst mich nicht kriegen. Okay, ich muss schnell essen, ich habe so weh kapiert, ich habe so weh kapiert. Simlaki. Ah, ey, mach mir nicht Angst, mach mir nicht Angst. Ey, Freunde, ich muss mich irgendwie überleben. Es sind ganz genau 19 Meter. 13? Okay, nee, nee, das ist gar nicht gut. Äh, zack, ganz schnell viele Essen reinmachen. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ey, ey, bleib entfernt, ich bin viel besser als du, okay? Wenn du mir zu nah kommst. Hörst du schon die Schritte, die zu dir kommen? Äh, nein, höre ich nicht, wo bist du, hm, wo bist du, hä, hä, wo bist du? Ich bin ganz genau 13 Metern hier entfernt. Was? Oh, nein, Freunde, das ist gar nicht gut. Ey, ey, geh bloß weg von mir, okay? Haben wir uns verstanden? Oh, nein, ich bin genau neben dir, Simlaki. Ich bin nur noch 5 Meter. Nein, ich muss abhauen, Freunde, ich muss abhauen, ich muss abhauen. Das gibt es nicht. Ey, mach mir keine Angst. Geh einfach weg von mir, bitte. Hm, vielleicht lüge ich auch noch und bin gar nicht neben dir. Äh, ist nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Du hast mich geprankt, oder was soll das? Oh, ja, ich habe dich geprankt, Simlaki. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Oh, nein. Let's go, ich kriege den, ey, damit hast du nicht gerechnet, ne? Suck, Bobby, ich werde... Ich würde an deiner Stelle lieber wegrennen. Nein, ich werde dich besiegen. Komm her, du hast gar kein Schild. Oh, nein. Du bist so schlecht, Sally. Ich werde dich besiegen. Ey, ich werde dich sowas von kriegen. Ja, komm, renn nur weg. Guck mal, da sehen wir sofort, wenn der Bessere ist. Das bin ich. Ich komme gleich zurück, Simlaki. Du hast keine Chance. Komm ruhig zurück, du wirst sowieso mich nicht besiegen. Kannst du nicht schaffen. Ich bin nämlich viel besser als du. Guck mal, du rennst selbst weg von mir. Das zeigt schon mal. Ja, dass ich viel krasser bin als du. Aber sowas von nicht. Was laberst du? Ich hätte dich kriegen können, aber ich habe dich noch mal in Ruhe gelassen. Lass mich ganz ehrlich. Ich habe dich in Ruhe gelassen, andersherum. Ah, nein, lass sie nicht. Oh, Gott, ich habe so viel Kaffee. Ich muss mich echt jetzt... Und vergesse ich, du musst Minecraft durchspielen und nicht nur die ganze in der Höhle campen. Ey, ich camp nicht in der Höhle. Hör auf zu lügen. Ich behebe die ganze Zeit wirklich Eisenfind, Diamanten. Ich muss hier meinen Obsidianen, ich muss hier ein Nether-Portal bauen. Keine Sorge, ich bin gleich bald hier zurück. Let's go, ich habe Gold. Okay, das ist perfekt, Freunde. Aber, nee, mache ich doch nicht. Okay, Freunde, ich würde sagen... Oh, ganz schnell muss ich mir mein ganzes Essen gebraten. Ich habe gar kein... Ich habe gar kein... Ich habe gar keine Kohle mehr. Oh, das ist gar nicht gut. So, jetzt habe ich genau das, was ich wollte. Wo bist du, Kleiner, so Lucky, Bruder? Du wolltest eine Axt, weil du das vergessen hast. Hm? 100 Meter entfernt? Wo bist du hingerannt? Hm, sag ich dir nicht. Na gut, egal, ich komme zu dir. Okay, komm ruhig zu mir, ich werde dich besiegen. Ah, so Lucky. Ey, geh weg, Junge. Geh weg. Ah, nein, ey. Ah, nimm das. Lass mich in Ruhe. Zack, ich besiege dich easy. Komm her, Mann. Easy, easy, easy. Oh, nein, 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 nein. Ja, wenn du... Ey, du bist so schlecht. Ich werde dich kriegen. Ich werde dich kriegen. Und zack, komm schon her, Mann. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ey, es ist bloß nichts. Es ist bloß nichts. Komm her. Ey, warum kein... Zack. Oh, nein. Ja, komm her, Mann. Sally, ich kriege dich. Und zack, du bist so schlecht, Mann. Komm, nein, 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 nein. Ey, Sally, bleib stehen. Nein, Sally, ich werde dich bekommen. Nein, werde dich nicht. Verschwindet. Oh, doch. Oh, Sally. Wie viel nehmen hast du, hä? Warum rennt sie ganz einfach weg? Alles wem, du kleine Schnuckipups. Warst du nicht, dann wirst du dich weg, rein. Komm her, Mann. Ich krieg dich jetzt. Ich krieg dich jetzt. Bam, bam, bam. Komm her. Zack, bam. Haha, Sally. Oh, nein. Ich krieg dich. Oh, nein. Sally, besser als du, hab ich doch gesagt. Jetzt musst du nochmal komplett dir guten Loot craften, damit du mich besiegen kannst. Ich habe dich sogar besiegt, obwohl ich dich so als Eisenhelm hatte. Ey, Sally, was sagst du das, hä? Ich krieg dich noch so lucky. Mhm, jetzt kann ich mir mein Netherportal craften. Oh, haha, mit deinem Feuer zu, mit deinem Feuerzeug. Selbst das hast du mir gegeben. Haha. Okay, let's go. Das war eigentlich voll mit guten Loot, eigentlich ganz ehrlich. Aber im Endeffekt haben wir gesehen, wer besser ist. Besser hab ich gefunden. Let's go. Ich hab ganz viel Redstone. Perfekt. Aber es bringt mir eigentlich gar nicht. Außer ich stell dir eine Falle. Bevor du ins Netherportal kommst, kriege ich dich noch zum Lucky. Hm, okay. Jetzt hast du aber einen Nachteil. Aber trotzdem kannst du mich eigentlich noch kriegen. Hm, zum Lucky. Du weißt gar nicht, wo ich bin, oder? Hahaha. Nein, weiß ich nicht. Aber du kannst nie im Leben so schnell die Eisenrüstung gemacht haben. Hm, vielleicht nicht eine ganze Eisenrüstung. Aber genug, um dich zu zerstören. Hm, genug, um mich zu zerstören. Wie willst du das machen, wenn ich jetzt schon im Nether bin? Haha. Fast? Du bist schon im Nether? Oh ja. Ich hab eine Lava-Quelle gefunden. Und hier werde ich mir jetzt ein Netherportal machen. Let's go, Freunde. Easy peasy. Und wisst ihr was? Ihren Loot verbrenne ich jetzt einfach. Zack. Das kann ich auch gebrauchen. Die Axt fliegt auch noch. Nee, das brauche ich alles nicht. Haha. Ich hab den ganzen Loot verbrannt. Zum Lucky. Rate mal, wo ich schon bin. Hm, weiß ich nicht. Ich will dich auch gar nicht wissen. Denn ich mach mir jetzt ein Netherportal. Ich bin ein Lava-Quelle gefunden. Haha. Hm, naja. Zum Lucky. Ich komm gleich zu dir. Und dann besiege ich dich. Ja, werden wir schon sehen. Ich bin schon direkt im Nether. Da kannst du nichts dagegen mehr machen. Zack. Guck mal. Ey, Freunde. Guck mal, wie schnell das geht. Bam, bam. Zack, zack. Ich bin Profi darin. Ich sag euch ganz ehrlich. Zack. Hier mal wieder ein Lava-Ding platzieren. Hier. Zack. Subsidial. Ich bin so schnell. Zack. Bam, balababab. Boop. Und gleich hab ich mein Netherportal. Und let's go. Oh, gleich ist mein Netherportal. Oh, was hab ich gemacht? Egal, die ist groß genug. Und jetzt hier nur noch zwei Blöcke. Dann bin ich im Nether. Dann bin ich im Nether. Und dann kannst du mich gar nicht mehr kriegen. Haha. Zack. Let's go. Nur noch einen Block. Nur noch einen Block, Freunde. Wo bist du, Sally? Hä? Ich bin genau neben dir. Ich seh dich gar nicht. Du bist nicht neben mir. Du sneakst dich die ganze Zeit an, sodass ich dich nicht sehe. Das ist unfair. Das ist ganz nun gar nicht unfair. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Äh, nein. Tust du nicht. Denn ich bin jetzt gleich im Nether. Komm schon. Und zack. Let's go. Und wo bist du? Wo bist du? Ich seh dich gar nicht. Hä? 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 Was machst du denn da drüben? Ey, du wirst verlieren, Sally. Ich sag's dir schon mal so. Du kannst mich nicht besiegen. Hä? Was? Sally, du hast gar keinen Loot. Geh weg von mir. Ich krieg dich. Oh, Mann. Sally, was machst du? Oder weißt du was? Egal, ich geh jetzt nether. Ich verschone dich. Ey. Ey. Hör auf, mich zu verfolgen. Das krieg ich nicht gleich wirklich. Okay? Du hast gar keine Axt. Jetzt verzieh dich endlich. Ah. Oh, nein. Na gut, Freunde. Wisst ihr was? Ich lasse Sally in Ruhe. Ich habe ein bisschen mitleidend mit ihr. Ich glaube, ey. Ich sage euch ehrlich. Schwestern sind nicht so krass wie ich. Weil ich bin viel heftiger. Let's go. Freunde. Schau mal. Ich bin schon nether. Oh, ich guck dich das, Mann. Ich habe ne nether. Sally, geh hier weg, Mann. Ich kill dich sonst. Geh wieder zurück. Sally, geh zurück, Mann. Geh. Ja, nimm das. Sally, was machst du? Ey. Das jetzt verdient du drauf zu gehen. Okay, Sally. Viel Glück, mich wieder zu finden. Oh, nein. Nicht schon wieder. Ey, Sally. Ich bin fast draufgegangen wegen dir. Oh, ich hätte es fast geschafft. Oh, Mann. Ey, wie hinterlistig ist das denn bitte sehr? Hier kann ich mich ja gar nicht löschen. Und die haben mich mir einfach mit einem Lava einmal angezündet. Ah, ah. Warum brenne ich wieder? Warum brenne ich wieder? Oh, nein, Freunde. Ich geh drauf. Ich geh drauf. Ich habe schnell was gegessen. Oh, nein, Freunde. Oh, nein, oh, nein. Bitte nicht drauf gehen. Bitte nicht drauf gehen. Ja. Oh, Mann. Ist das knapp? Ah, nein. Nein, Freunde, Freunde, Freunde. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ah. Ja, ich habe gewonnen. Alles wegen mir, weil ich so gut war. Hä? Ich bin irgendwie angezündet worden. Ich weiß selber nicht, wie das passiert ist. Du hast es nicht geschafft, Sally. Natürlich habe ich es geschafft. Was redest du? Hä? Du hast du auch verdient. Ich habe dich zweier gekippt. Oh, Mann. Weißt du was? Ich würde sagen, du hast es trotzdem irgendwie gewonnen. Ja, natürlich habe ich gewonnen. Das war ja die Challenge. Und das heißt, ich werde jetzt... Ich werde Uri's Schwester Lili erzählen, was du für ein Noob bist. Hä? Kannst du gerne machen. Du bist zweier drauf. Ey, Freunde, damit wünscht ich dir an. Falls ihr mich zusammen sehen wollt, mit mir und Uri war gerade... Äh, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Schönwerk hier. Drückt schnell auf das nächste Video, würde ich sagen, Freunde. Denn sonst kippt mich Sally. Oh, nein, Freunde. Drückt schnell auf das nächste Video. Drückt schnell auf das nächste Video. Ciao, ciao. Abonnieren. Ihr Brüder und Schwester, dann werft die genauso wie ich. Alles gut. Ciao, ciao, Freunde. Drückt auch das nächste Video. Lasst mir gleich so ein Abo.